Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sehr Lieben, heute mal aus der Kaninchenvoliere. Hier ist es schön warm, zumindest viel wärmer als draußen. Der Winter ist bei uns ja nochmal zurückgekehrt. Und als erstes möchte ich mich mal bedanken für die lieben Kommentare, die ich unter meinem letzten Video gefunden habe. Und dass ihr euch einfach freut, wenn es regelmäßig bei mir Updates gibt. Und da bin ich sehr beruhigt drüber. Deswegen bemühe ich mich natürlich jede Woche wieder ein Video für euch rauszubringen. Ja, in diesem Video soll es um die Gartenarbeiten im Januar gehen. Das heißt, was mache ich gerade? Ja, jetzt im Moment mache ich tatsächlich gar nicht so viel außer mich halt, besonders um die Tiere zu kümmern. Sobald es schneit, da bekomme ich dann Hummeln im Hintern und muss überall nochmal kräftig Stroh einstreuen, damit es die Tiere warm haben. Nochmal ein bisschen Heu nachlegen, damit sie sich einkuscheln können, Kuschelecken und so. Ja, und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe für mich, wenn es so schneit und halt regelmäßig zu schauen, dass die Tiere auch Wasser haben, dass das Wasser nicht einfriert und so weiter. Aber im Garten mache ich dann natürlich gar nichts. Also der Garten ruht. Und es ist auch schön, denn dann komme ich auch mal mit meinen Arbeiten im Haus weiter. Und ja, in diesem Video zeige ich euch trotzdem, was ich im Januar so mache. Denn tatsächlich war es ja auch jetzt frostfrei eine ganze Zeit lang und da konnte ich natürlich weiter pflanzen. Das seht ihr alles in diesem Video. Also seid gespannt und bleibt dran. Ja, jetzt bei frostfreiem Wetter lasse ich meine Seidenhühner, die kleineren Hühner, sehr gerne quer durch die Beete laufen. Und die fressen mir dann die Schneckeneier weg und finden auch das ein oder andere Würmchen. Und das mögen sie natürlich total gern. Das mache ich aber nur, wenn ich im Garten bin, weil ich einfach sonst die Hühner nicht vor dem Fuchs schützen kann. Und ja, und was ich jetzt hauptsächlich auch bei frostfreiem Wetter mache und natürlich, wenn kein Schnee liegt, ist Pflanzen. Ich pflanze ja jedes Jahr eigentlich ja vor allen Dingen meine Wildobsthecken weiter. Das heißt also, es ist schon so, dass mir ab und zu mal Pflanzen eingehen, im Sommer vertrocknen oder was auch immer von Wühlmäusen angefressen werden. Und dann schaue ich halt und pflanze immer nach. Und gerade hier auf der Nordseite der Streuobstwiese, wo auch der Wind immer sehr reindrückt, habe ich mir jetzt überlegt, ich möchte wirklich noch ein bisschen was nachpflanzen, was immer grün ist, also was auch wirklich vor Wind gut schützt. Und ich habe auch bemerkt, dass die Vögel unsere Nadelbäume sehr gut annehmen, dort auch teilweise sich gerne reinsetzen, auch nisten, um dort einfach Schutz auch vor Greifvögeln zu suchen. Und deswegen habe ich jetzt hier ein paar Weißtannen und Nordmann-Tannen, die ich hier nachpflanze. Und ja, ich bestelle mir dann immer aus verschiedenen Pflanzschulen, Baumschulen oder auch Forstpflanzschulen, Forstbaumschulen, diese Wildobst- oder auch Wildgehölze, wie jetzt eben hier die Nordmann-Tannen oder die Weißtannen. Bei den Weißtannen habe ich eben gelesen, dass die besonders trockenheitsresistent sein sollen. Und deswegen habe ich mich eben auch für Weißtannen entschieden. Und habe jetzt hier, ihr seht, das sind ungefähr so 50 Meter, habe ich jetzt hier noch verschiedene Tannen eben zwischen meine Wildobstgehölze gepflanzt. Und durch diese Trockenheitsperioden jetzt in den letzten Jahren sind halt auch meine Wildobsthecke, die sind zwar die meisten Sträucher angewachsen, aber sie sind halt noch nicht so wirklich aus dem Knick gekommen. Ihr seht das hier, sie sind noch nicht so wirklich groß geworden. Das heißt, die Sträucher sind jetzt alle zwischen drei und vier Jahren alt und die sind halt noch recht klein. Aber gut, gut Ding will Weile haben. Also das heißt, es dauert halt einfach, bis das alles so kommt. Und hier wollte ich euch mal zeigen, das ist hier ein Pilzmyzel, so sieht das aus. Und dort, wo ich Hackschnitzel hingepackt habe in den letzten Jahren, dort finde ich jetzt viele von diesen Pilzmyzelen und das finde ich auch super toll. Das möchte ich auch, denn auch diese Pilze sind ganz wichtig für den Boden. und auch hier, ja, die gehen natürlich eine Symbiose auch mit den Pflanzen ein und sind halt ganz wichtig für die Bodengesundheit und auch für die Pflanzengesundheit. Und ja, und wir haben auch recht viele Regenwürmer, was mich total freut. Und jetzt entferne ich einfach so ein bisschen die Grasnarbe hier um meinen Baum rundherum und werde dann auf jeden Fall noch irgendwelche, ja, irgendwelches Mulchmaterial auf die Baumscheibe geben, damit die kleinen Tannen dann auch gut anwachsen können und damit wir dann hier irgendwann mal eine schöne große Tanne stehen haben. Wie gesagt, für die Vögel als Rückzugsort, als Windschutz und einfach, weil ich es toll finde, ganz viele Bäume zu pflanzen und eben, wie gesagt, jeden Winter reichlich Pflanzensätze. Ich habe das auch nochmal alles aufgeschrieben, nochmal notiert, was ich in diesem Jahr alles gepflanzt habe. Das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Ja, in meinem Garten habe ich verschiedene Obstbäume nochmal nachgepflanzt, und zwar die Pflaume, die Ruth Gersteter. Dann habe ich noch verschiedene andere Pflaumen gepflanzt, auch Äpfel, den gepflammten Kardinal und den Dülmener Herbstrosenapfel. Die Mispel Nottingham habe ich gepflanzt im Garten, den japanischen Blütenhartriegel, denn davon kann man auch die Früchte nutzen. Ich habe wieder etliche Korbweiden gepflanzt und auch Saalweiden. Dann amerikanische Douglasie habe ich gepflanzt, Weißtanne, weiße Maulbeeren habe ich einige gepflanzt, die möchte ich auch versuchen, mal mit meinen Lieblingssorten dann zu veredeln, also mit anderen Maulbeersorten praktisch. Dann Heinbuchern habe ich nochmal nachgepflanzt, wo ich einfach noch kahle Stellen in meiner Heinbuchernhecke gefunden habe. Berberitze habe ich gepflanzt, verschiedene wilde Pflaumen, zum Beispiel die Gräke, die Zibate, die Haferschlähe, die rote Mirabelle und noch ein paar andere Wildpflaumen. Ja, und das war natürlich noch nicht das große Pflanzprojekt, was ich auf der Streuobstwiese gemacht habe. Dazu wird es nochmal ein separates Video geben. Das sind jetzt einfach Pflanzen gewesen, die ich ja an verschiedensten Stellen in meinen Garten gepflanzt habe, vor allen Dingen als Hecken. Meine Bäume und Sträucher, die ich jetzt noch nicht gleich pflanzen kann, die bewahre ich meistens so in Sand auf, dass die Wurzeln einfach in Sand eingeschlagen sind oder im Gewächshaus. Da kann ich sie auch einfach im Gewächshausboden einschlagen. Und ja, und so müssen sie dann warten, bis ich dann Zeit habe zu pflanzen. Und auch unsere Ausbüchshühner, die gehen immer gerne auf den Komposthaufen. Hier ist unser abgelagerter Kompost und ihr seht, hier ist auch jede Menge Vogelmiere drauf und da scharren sie natürlich gern rum und der sieht echt toll aus. Und zwar ist das einfach Mist vom letzten Jahr. Den habe ich einmal umgeschichtet und habe den einfach ablagern lassen und der kommt dann wieder auf die Gemüsebeete. Das zeige ich euch dann natürlich auch wieder. Tja, und so sieht der diesjährige Misthaufen aus und sobald hinten der Misthaufen abgetragen ist und auf den Gemüsenbeeten verteilt ist, schichte ich dann den anderen Komposthaufen, also den großen Misthaufen, einmal um und dann kommt der neue Mist aus diesem Jahr wieder auf den Haufen und so geht das immer weiter und wir haben dann im nächsten Jahr auch wieder schönen Kompost. Tja, und so sieht das aus, wenn ich meine Erdbeeren sauber gemacht habe und mit Mist gemulcht habe, denn ich verwende gerne für die Erdbeeren gleich den frischen Mist von den Kaninchen zum Mulchen und normalerweise mache ich meine Erdbeeren immer schon im November sauber. Leider hatte ich dafür keine Zeit, also Oktober, November ist eigentlich dafür ein guter Zeitpunkt. Leider ging das einfach nicht und deswegen mache ich das jetzt noch. Also bei frostfreiem und eisfreiem Wetter, schneefreiem Wetter, mache ich die Erdbeeren sauber. So sieht das vorher aus, das heißt hier seht ihr das ganze Laub noch und natürlich könnte man das Laub auch sehr gut als Mulch wieder liegen lassen. Allerdings befinden sich halt auch die ganzen kleinen Senker hier dazwischen und die Senker, die müssen halt wirklich raus, sonst wächst das Erdbeerbeet zu stark zu und die Pflanzen bedrängen sich dann gegenseitig und dann hat man einfach keine gute Ernte mehr. Es handelt sich ja um Kulturpflanzen und Kulturpflanzen muss man schon ein bisschen pflegen und deswegen mache ich das immer dann im Oktober bis eben Januar, dass ich meine ganzen Erdbeerbeete hier sauber mache, die ganzen Senker raushole und meistens hebe ich die Senker auch noch auf und dann schaue ich, ob jemand anders noch Senker braucht oder ich pflanze sie vielleicht in eine Baumscheibe oder so. Das heißt, ja, ich habe hier zum Beispiel so einen kleinen Senker und dann nehme ich mir immer so einen Extratopf und da packe ich mir alle Senker rein und ja, die kann ich dann gut aufheben und woanders hin pflanzen. Hier ist das jetzt nochmal ganz gut zu sehen. Hier befindet sich so eine große Mutterstaude, so eine Mutterpflanze und da hole ich zum Beispiel Gras oder Gundermann, also jegliche Beikräuter, die sich hier um diese Mutterstaude befinden, hole ich raus und auch das alte Laub, das entferne ich und das packe ich dann halt mit auf den Komposthaufen oder auf den Misthaufen drauf. Ja, und dann ist es eigentlich soweit fertig. Natürlich auch die Senker werden rausgeholt und so arbeite ich mich ganz einfach durch. Zum Schluss packe ich da eine Ladung von meinem Kaninchenmist drauf und wenn ich so viele Hackschnitzel übrig habe, kommt dann auf den Kaninchenmist auch noch Hackschnitzel obendrauf. Leider habe ich dieses Jahr noch keine Hackschnitzel bekommen. Ich hoffe, ich bekomme noch welche. Ja, und dann ist es eigentlich fertig, das Beet. Und wenn man die Erdbeeren ordentlich mulcht, dann gedeihen sie eigentlich auch immer recht gut. Im März dünge ich die dann nochmal nach mit Hühnerjauche. Das zeige ich euch dann im März. Ja, und hier hole ich jetzt hier so eine wilde Karde raus. Die haben sich bei mir stark versamt. Und hier an der Stelle möchte ich die einfach nicht haben, deswegen hole ich die raus. Und meistens mache ich das dann so, dass ich die dann auch gleich an einer anderen Stelle pflanze. Und so entwickelt sich natürlich der Garten auch nach und nach. Ich mag diese Karden sehr gerne. Ihr werdet es gleich sehen. Die haben ein wunderschönes, großes Wurzelsystem und haben auch eine Pfahlwurzel. Da unten hängt sie dran. Die sind ein bisschen abgebrochen leider. Und können dadurch natürlich auch diesen harten, lähmigen Boden ganz gut sprengen. Und eben dafür sorgen, für Wurzelkanäle und so weiter. Oder den Boden einfach damit auch ein bisschen lockern. Und dann suche ich mir jetzt hier eine andere Stelle. Hier zwischen meinen Himbeeren. Hier muss ich auch noch ran und das ganze Gras rausholen. Das ist auch immer ganz wichtig. Unter unseren großen Kirschbaum drunter. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, mache ich da jetzt ein Pflanzloch und packe die Karde jetzt dort rein. Die Karde ist ja eine zweijährige Pflanze. Das bedeutet, im ersten Jahr bringt sie lediglich diese Rosette, bildet sie diese Rosette aus. Und erst im zweiten Jahr blüht sie dann. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Rosette. Und dann wird sie jetzt im Sommer schön blühen und wird dann auch wieder Samen für uns ausbilden. Und die Samen natürlich wieder verteilen. Und so vermehrt sich die Karde dann nach und nach und versamt sich dort, wo sie eben gerne hin möchte. Und hier habe ich euch mal so einen Ausschnitt aus dem Boden rausgeholt. Fand ich mal ganz schön zu sehen. Denn hier hat sich zum Beispiel auch wieder die Vogelmiere breit gemacht. Ist halt ein Zeichen für einen schönen, fruchtbaren, humosen Boden. Viele Regenwürmer befinden sich drin, was ich ganz toll finde. Und ihr seht auch, dass hier oben sich schon so eine schöne schwarze, humusreiche Schicht gebildet hat. Und zwar, weil ich mein Laub und auch die Kirschkerne und so, lasse ich hier halt immer liegen. Und da entwickelt sich dann halt so eine richtig schöne Humusschicht. Das heißt, ich sage ja auch immer Mulchen, Mulchen, Mulchen. Und der Kirschbaum hat natürlich richtig viel Laub. Und das kann natürlich gleich an Ort und Stelle wirklich verrotten. Und dann bildet sich da wieder Humus. Und auch die Kirschkerne und das Kirschkernfleisch, das wird alles zu Humus. Das lasse ich einfach alles liegen. Ich räche da nichts weg. Und ihr seht, wie schön dieser Boden aussieht. Also mir gefällt er sehr gut. Und das kann man eben hier richtig gut erkennen, dass sich da eben Humus aufbaut. Was wir ja auch gerne wollen. Hier sieht man das nochmal. Hier ist eine richtig schöne Laubschicht noch drauf vom Herbst. Und im Frühjahr ist das dann alles größtenteils verrottet. Und man sieht hier richtig schön diesen humosen Boden darunter. Ja, und einen Teil der Senker habe ich gleich wieder getopft. Und zwar für ein Schulprojekt. Denn es soll ein neuer Schulgarten angelegt werden in der Schule von meiner Tochter. Da freue ich mich natürlich, da auch ein bisschen unterstützen zu können. Und deswegen werde ich hier zwei, drei Platten vorbereiten mit den Senkern gleich. Und da bekommen die gleich einen neuen, ordentlichen Platz. Und wenn wir das Beet fertig haben im Frühjahr, werde ich euch das bestimmt mal zeigen. Ja, für ein schönes Schulgartenprojekt. Das ist immer sehr unterstützenswert. Ja, und hier unter meinem ehemaligen Tomatenunterstand, wo ich meine ganze Erde lagere, die ich so aus Kübeln und so zusammengesammelt habe, da keimt schon der erste Mangold. Ist das nicht schön? Das meine ich halt, ja, wenn man seine Pflanzen aussamen lässt, dann hat man schon ganz zeitig im Jahr Jungpflanzen, ohne dass man was dazu beitragen muss. Man muss nur die Augen aufhalten. Und natürlich schauen, dass die Hühner die jetzt nicht alle wegscharren hier. Denn, ja, wie gesagt, ich lasse die ja immer mal bei mir hier rumrennen und pickern, damit sie sich auch ihr Würmchen hier und da suchen können. Ja, was ich jetzt auch im Januar und Februar gerne mache, wenn es frostfrei ist und nicht regnet, zum Beispiel hier die alten Triebe aus meiner Brombeere rausschneiden. Also ich gehe dann einfach durch den Garten und peu à peu arbeite ich mich davor, einfach wo ich gerade Lust habe, was zu machen. Da gehe ich halt hin und dann hole ich hier diese ganzen abgetragenen Brombeertriebe raus und ich schneide, ich kürze die Brombeertriebe auch ein, damit die Seiten, also das Seitentriebwachstum angeregt wird oder so ganz dünne Triebe nehme ich auch teilweise ganz raus und die bekommen dann halt auch gleich die Kaninchen. Ich habe hier auch an der Kaninchenvoliere wieder neue Himbeeren und Brombeeren gepflanzt und auch Weiden eben als Futtermaterial für die Kaninchen. Denn ihr seht ja, die lieben ja auch Brombeerblätter und ja, Weiden natürlich, Obstgehölz und so weiter. Meine Obstbäume werde ich aber erst dann im Februar schneiden, wenn es trocken ist und nicht mehr ganz so kalt. Und deswegen habe ich jetzt noch keinen Obstbaumschnitt, aber ihr seht hier Brombeerblätter. Ja, und sowas eben bekommen sie halt auch. Und auch unsere beiden Meisnerwitter, Hilde und Waltraud, bekommen natürlich was ab, ganz klar. Ich habe sie echt ins Herz geschlossen. Sie sind zwar nicht so handzahm wie die anderen, aber man kann sie echt gut beobachten und ich genieße das immer, mich ab und zu mal mit in die Voliere zu setzen und sie einfach zu beobachten. Ich habe sie auch nicht so handzahm wie die anderen. Und auf einmal war er wieder da. Der Winter, es war so kalt und es hat so viel geschneit bei uns. Ich war echt erstaunt. Und ich fand es auch immer, ja, es ist einfach total schön, diese Wintermärchenlandschaft. Aber für die Tiere, also gerade für die Hühner, die mögen es halt eher etwas wärmer. Und ja, ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen Stroh da gehabt. Habe ich leider nicht mehr, also zumindest kein so grobfaseriges Stroh. Dann hätte ich die Wege hier ein bisschen ausstreuen können. Ja, aber es ist trotzdem eine wunderschöne Landschaft im Winter. Und jetzt macht sich das auch bezahlt. Ihr seht das hier, wenn man alles stehen lässt. Die ganzen Stauden, die vertrockneten, die stehen alle noch. Und es sieht jetzt wunderschön aus. Ja. 5-6-8-9-5-6-6-18-6-8. 2-8-9-7-8. Wie geht es hier? 3-9-12-8. So. 3-9-8-6-8. Musik 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 Ja, dann geht es auch wieder los, das Wasser ist wieder eingefroren und das Wasser muss dann regelmäßig wieder aufgefüllt werden, das heißt ich mache das immer so, dass ich früh das Wasser auffülle und dann bevor ich dann wieder hochgehe oder reingehe, dann mache ich das Wasser nochmal voll, tue es nochmal befüllen und dann auch, wenn ich die Hühner dann abends wieder einsperre, das heißt eine Stunde vorher, gebe ich dann nochmal Wasser und so haben sie eigentlich ausreichend Wasser über den ganzen Tag, das ist natürlich wichtig, teilweise fressen sie auch ab und zu ein bisschen Schnee, wenn sie allzu durstig sind, habe ich auch schon beobachtet oder einfach so, weil es ihnen schmeckt, auf jeden Fall haben sie immer genug Wasser zur Verfügung, Musik Natürlich gibt es auch Heizplatten und so weiter, aber ja, leider haben wir hier keinen Strom, zumindest hier draußen nicht und deswegen wird es mit Heizmatten oder Platten einfach schwierig, aber ihr seht, ja, sie haben hier erstmal Wasser und wie gesagt, das wird dann in Etappen immer wieder nachgefüllt Musik 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 Ja, und dann muss ich mein Futter vorbereiten Für den kommenden Tag Und ihr wisst ja, ich habe diese Futtertonnen Und da habe ich in der einen Tonne Weizen drin gelagert In der anderen Tonne eine Mischung aus Bruchmais Sonnenblumenkerne und auch ein bisschen Erbsenschrot Das mische ich mir alles immer selber an Und dann kommt in den Eimer erstmal der Weizen rein Also da ungefähr 50% von dem Weizen oder 60% Und der Rest ist dann eben das andere Dann kommt noch ein bisschen Muschelgritt hinzu Einfach als Kalkzusatz Ja, und das war es eigentlich schon Und ab und zu bekommen sie natürlich auch mal gestampfte Kartoffeln Mit bisschen Quark Oder ich bring mal einen Salat mit Oder irgend sowas Ein bisschen geraspelte Möhre noch dazu Das nehmen sie natürlich auch sehr gerne an Das schaffe ich aber nur ein- bis zweimal die Woche Ansonsten bekommen sie halt diese Futtermischung Und im Stall füttere ich dann auch noch teilweise so ein bisschen Legemehl Denn die Hühner fangen jetzt auch schon wieder langsam an Ein bisschen mehr zu legen Das heißt, das schwankt immer sehr Wenn das jetzt wärmer wird, dann legen sie wieder mehr Und sobald es wieder kälter wird, dann stagniert das wieder Und wir haben nur ein, zwei Eier am Tag Also das kommt wirklich ganz auch auf die Temperatur an Wie sich die Tiere fühlen und so weiter Und dann ab Ende Februar, Anfang März Geht es dann wieder richtig in die Vollen Ja, ihr seht schon hier die Sachsenhühner Die sind jetzt mit in der großen Gruppe Die habe ich tatsächlich umgesetzt Weil ich mich dafür entschieden habe Erstmal keinen neuen Sachsenhahn zu holen Und auch keinen erstmal auszupfen Vielleicht brüte ich mal noch einen aus Das weiß ich noch nicht Auf jeden Fall bin ich mir noch nicht ganz sicher Ob ich die Erhaltungszucht der Sachsenhühner weiterführen möchte Ja, das ist noch so ein bisschen am schwanken Die sind auf jeden Fall erstmal hier in der großen Gruppe mit Und so habe ich die Möglichkeit jetzt auch im Frühjahr wieder Den anderen Auslauf, also ihren Auslauf Den kleineren Auslauf vorne wieder neu zu begrünen Und dann können die Junghühner für dieses Jahr auch wieder ins Grüne Das zeige ich euch aber dann alles wieder im Laufe der nächsten Videos Dann können wir mal auf jeden Fall und meine Regentonnen leere ich tatsächlich nicht aus, sondern ich packe das Eis immer raus und meistens sind es ja nur ein, zwei Tage, wo es mal so richtig Frost gibt und dann taut es wieder und deswegen hat das unseren Regentonnen bisher noch nicht geschadet. Ja, jetzt bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bei euch bedanken, auf jeden Fall für die vielen positiven Kommentare, die ich immer unter meinen Videos finde. Da freue ich mich sehr drüber und das motiviert mich sehr, auch dran zu bleiben und für euch eben dieses Video jeden Sonntag auch online zu stellen. Tja, und außerdem möchte ich mich natürlich noch recht herzlich bedanken für eure Spenden, für eure Käufe in meinem kleinen Online-Shop. Wer noch Saatgut braucht oder vielleicht auch einen Aussaatkalender für die kommende Gartensaison, ihr könnt natürlich damit hier das Projekt unterstützen. Tja, ihr Lieben, wie geht es weiter mit den Tieren? Also ich werde auf jeden Fall auf die Vermehrung meiner Kaninchen verzichten ab diesem Jahr, denke ich. Denn ja, ich habe mir jetzt so überlegt, das bringt eigentlich nichts. Das heißt, die Tierheime werden immer voller und voller und ich möchte jetzt einfach nicht noch mehr Tiere in die Welt setzen, denn es geben ja momentan sehr viele Leute ihre Tiere ab ins Tierheim und die Kosten steigen, die Tierarztkosten steigen. Und deswegen habe ich mir so überlegt, wenn ich hier wieder ein bisschen mehr Platz habe und vielleicht in den kommenden 10, 12 Jahren dann ein paar von meinen Kaninchen gehen, dann werde ich vielleicht eher dann den Weg gehen, dass ich mir aus dem Tierheim mal noch ein Kaninchen dazu hole. Ganz einfach, um halt anderen Tieren, die es einfach nötiger haben, hier einen Platz zu geben. Dann könnt ihr mir ja auch mal gerne reinschreiben, was ihr dazu denkt. Aber ich denke, also für mich ist das der Weg jetzt und wir schlachten ja unsere Kaninchen sowieso nicht. Das heißt, ich kriege immer wieder die Frage, warum wir so viele Kaninchen haben. Ja, ursprünglich wollte ich ja Kaninchen züchten und wer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß ja, ich wollte halt gerne verschiedene Farben rausbekommen. Ich habe mich auch lange mit der Farbgenetik von Kaninchen beschäftigt und habe das dann eben auch ausprobiert und war dann immer verblüfft, welche wunderschönen Farben dann gefallen sind. Das war immer so wie so ein Überraschungsei, wenn der nächste Wurf kam. Und es ist wirklich eine wunderschöne Sache. Allerdings weiß man natürlich nie, wo die Kaninchen dann hinkommen. Ich habe dann meine Jungtiere eben verkauft. Damit habe ich mir praktisch ja das Geld erwirtschaftet, um auch die laufenden Kosten hier für die Kaninchen zu decken, um zum Beispiel mal einen neuen Stall dazu zu kaufen, wie hier zum Beispiel im Hintergrund die Ställe oder um zum Beispiel das Heu zu finanzieren. Denn das Heu machen wir ja nicht alles selber. Das würden wir ja nicht schaffen. Und genau solche Sachen natürlich auch die Futtermittel, die wir halt brauchen über den Winter. Denn im Sommer kriegen ja die Kaninchen bei mir ausschließlich Gras und Heu und natürlich Kräuter und auch mal Baumschnitt. Aber jetzt im Winter ist natürlich kein Gras verfügbar. Das ist ganz klar. Und da kriegen sie natürlich auch Wurzelgemüse und so weiter. Und auch mal Salate oder Selleriestangen. Genau. Aber auf jeden Fall mache ich das jetzt nicht mehr einfach, weil es ist mir halt schon vorher immer so extrem schwer gefallen, die Jungtiere abzugeben. Ich habe zwar meistens wirklich ganz tolle Leute gefunden, die sich auch liebevoll um die Tiere gekümmert haben. Die haben mir dann auch Fotos zugeschickt. Und das ist natürlich der Idealzustand. Aber man weiß natürlich nie, ob sich die Leute, also dieses Ganze, diese ganzen 10, 12 Jahre, wie alt so ein Kaninchen werden kann, um das Tier kümmern können und so weiter. Und deswegen habe ich eigentlich immer schon ein ungutes Gefühl gehabt, meine Tiere abzugeben. Deswegen werde ich das jetzt alles umdrehen und werde jetzt diese Kaninchen nicht mehr nachziehen, sondern ich werde es dann eher so machen, dass wenn ich mal wieder hier ein bisschen mehr Platz habe, dass ich mir dann eher mal ein Kaninchen aus dem Tierschutz dann dazu hole. Ja, das wird natürlich jetzt die nächsten Jahre erstmal nicht passieren, denn wir sind ja hier voll besetzt sozusagen. Und ja, ich nutze halt die Kaninchen auch als Düngerlieferanten. Ja, also seitdem wir eben jetzt so viele Tiere haben, kann ich eben hier in der Kreislaufwirtschaft bleiben. Das heißt, natürlich muss ich mir auch einige Ressourcen dazu holen, wie zum Beispiel Stroh. Ich bin auch immer auf der Suche nach gutem Bio-Stroh, was ungespritzt ist. Um eben meine Stelle hier auszukleiden, vor allen Dingen im Winter. Und ich habe jetzt auch schon wieder recherchiert und geschaut, ob ich vielleicht in der Umgebung auch noch was finde, wo ich eben Bio-Stroh beziehen kann. Und da bin ich jetzt eben auch gerade dran, dass wir dann auch mal wieder einen Ballen holen. Genau, und ja, solche ganzen Sachen. Das sind halt sehr viele Arbeiten, die da im Hintergrund laufen, die ich dann meistens dann abends mache, wenn ich ein bisschen Ruhe habe, dann, wenn andere einen Film gucken, dann recherchiere ich, wo ich mein nächstes Bio-Stroh herbekomme. Genau. Und ja, so ist das halt. Aber das ist halt auch mein Traum schon immer gewesen, meine Leidenschaft. Und da hat man einfach immer Zeit dafür und macht das eben auch gerne. Und ich komme halt auch eben gerne in Kontakt mit anderen Bio-Bauern hier aus der Region. Und das finde ich immer ganz toll. Ja, und so wird sich das eben so ein bisschen wandeln. Und auch mit den Sachsenhühnern höre ich auf, zu züchten, weil eben immer auch mit der Zucht sehr viel auch einhergeht, eben Tiere zu schlachten, Tiere schlachten zu müssen. Und davon möchte ich eigentlich ein bisschen weg. Und ja, ich verurteile das natürlich nicht. Und ich esse auch selber noch Fleisch, weil wir ja selber auch eben unsere Hähne auch haben. Und ich versuche zwar immer auch für unsere Hähne ein schönes Zuhause erst zu finden, aber wenn es eben nicht anders geht, müssen die auch geschlachtet werden. Das ist halt einfach so, weil sie sonst die Hähnen kaputt machen. Wir haben jetzt mittlerweile sieben oder acht Hähne, hinten auf ungefähr 15 Hähnen. Und das geht jetzt noch eine Weile gut, aber das geht eben nicht mehr ganz so lange gut. Und deswegen werde ich jetzt noch bis März, April vielleicht abwarten. Und vielleicht findet sich noch jemand, der so einen Hahn gerne für sich als Haus- und Hofhahn haben möchte. Ansonsten müssen die halt dann einfach auch geschlachtet werden. Und dieses Fleisch essen wir halt schon noch. Und auch Fleisch, wo wir einfach aus der Umgebung wissen, wo das Fleisch produziert wurde, wie die Tiere gehalten wurden. Das essen wir schon noch, aber ansonsten nicht. Ja, so ist das. Und jetzt habe ich wieder einiges noch erzählt über die Tiere. Ich werde euch natürlich wieder über alles, was ich so mache hier, jetzt das kommende Jahr, auf dem Laufenden halten. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Und ja, wünsche euch jetzt auch eine schöne Zeit bei euch im Garten oder beim Spaziergang im Wald. Im Schnee macht auch Spaß. Und jetzt sage ich erst mal Tschüssi und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ich habe hier ein paar Minuten in den Schein produziert. Und jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn, einen Schnellen six an. Ich habe ihn, dass ich erinnere. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.